wie schlecht wie schlecht kann ein torwart eigentlich es ist so lächerlich wirklich doch heißt doch auch unentschieden ja aber du kannst du nicht dann nimm doch zwei verschiedene wörter nennen das eine entscheidung das andere zu sein zu seinen zeichnen zeichnen scheiß drauf da hat er auseinandergebrochen noch in der hose dieses spiel da ist sie nachgerissen du kannst mich mal vor ein bruder wie lacht der typ wo ist der ball scheiße ja 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 ich spiel direkt weiter ja ja daniel ja daniel pass nochmal rein rein was machst du pass doch was ist das ach so ich bin das guck es dir an ich stehe da doch mit 1000 und aus alles dieses spiel ist so schlecht es ist so schlecht was für ein gümmeltor 45.000 points in the chat 30 sekunden geht der ganze spaß noch was will ich da sagen wir rechnen einfach mal einfach ok 6 wir gehen von oben weil sonst komme ich durcheinander nach 15 27 sagen wir mich natürlich nicht blamieren sagen wir mich natürlich nicht blamieren hat er nicht gemacht hat er nicht getan hat er nicht getan das ist jetzt nicht passiert das ist jetzt nicht passiert ich sehe hier rot das ist gescriptet wie Sau Freistoß der haut das Ding unter das Lettchen das geht auf eine Linie beim Keeper der macht da Picknick der kriegt das Ding ans Hinterköpfchen oder am Rücken und dann schlappert das rein komm yay Brasil Frankreich ZM Viera Junge Viera Abfahrt Cane Junge Abfahrt Davy hör mir zu hör mir zu mach das Ding einfach mach das Ding einfach er hört mir zu Davy Seike ist in der nächsten Runde Back to back Golden Goal Ich verstehe er hat auf mich gehört hat er nicht Junge ich hasse dieses Spiel das ist so behindert wer spielt die Scheiße noch man boah das kannst du keinem erzählen wer die Rotze noch spielt hat die Kontrolle über sein Leben verloren Jesus ja hier 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 wo in Ach soo, jetzt ist er noch durch, korrekt. Oh, Legende, Junge. Was für ein Tor, wunderbar wie er diesen Wolli getroffen hat. Digga, du hast gesagt, ich soll nicht mit ihm spielen, ne? Mach mal ein Clip, bitte, Digga. Richtiges Bombustor, oh mein Gott. Digga, der Rest, er macht sich so warm, Leute. Und, Deutschland, ZM, bitte Lothar, bitte Lothar. Warte, 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 warte. Lothar Prime, heils Maul, oh mein Gott, fuck, fuck, fuck Lothar Prime, Jax. Chatt, merkt ihr, dass am Mikro ein bisschen was anders ist? Schon, oder? Ich hab ein neues Mikro eingerichtet. Man hört jetzt auch die hohen Töne. Hört mal alles, gell? Ist gut? Hört man mich gut, Chatt? Hört ihr mich gut? Gefällt euch meine Stimme? Hä? Hm. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020